Hallo, hier bei Johannes Land, Demo und Küche. Ich bin gerade ein wenig sprachlos. Mal schauen, ob ich die richtigen Worte finde. Wenn nicht, verzeiht es mir bitte. Kommen jetzt alles ein bisschen schnell, kommt ja alles immer ein bisschen schnell. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich heute für 300 Abonnenten bedanken. Mich gibt es erst seit Januar und ich habe jetzt gerade 52.834 Aufrufe seit Januar auf meinem Kanal. Dankeschön, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr gerne sehen möchtet, schreibt mir. Ein Usern hat mir geschrieben, ist das deine Nudelmaschine? Es ist eine Nudelmaschine. Und ich zeige euch jetzt demnächst, wie wir Nudeln selber machen. Aber jetzt gibt es noch eine Neuerung für euch. Ihr habt sicherlich gesehen, es gab keinen Vorspann. Film ab! Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschreckt. Ich werde jetzt einige Sachen noch vorbereiten und dann sehen wir uns beim nächsten Film. Tschüss! Servis!